So Freunde, wir machen die Lips fertig in Fortnite. Micha ist heute auch im Discord. Er ist süßer. Du wirst schon wegen uns gegangen, deswegen. Nee, nee. Und wie gesagt, wenn du was hast, kannst du ruhig was sagen. Du kannst ruhig alles sagen. Auch wenn das Beine sein sollte. Ja, aber du beißt mich. So ein Quatsch. Quatsch. Was sagen meine Live-Zuschauer? Ich bin keine Ahnung. Ich kann mich auch gar nicht beurteilen. Sie kenne dich ja nicht mal. Ja, sicher. Ja, genau deswegen. Du kennst mich länger als sie. Ja. Der weiß doch, wie ich bin. Also, da kannst du so einschätzen. Da kannst du mir das auch verrauen. Die, der Person, die hier geschrieben hat, hier, die, das, äh, ja. Ich weiß ja, wovon ich reden werde. Mhm. Nee. Wie, 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 was meinst du denn jetzt? Ach so, was du überhaupt gesagt hast? Ja, keine Ahnung, kann die behaupten. Das spricht ja nicht der Wahrheit. Moment. Warte mal kurz. Die Schloss? Keine Ahnung. Äh. Soll ich antworten, kann es sich gut geben. Ich mach das schon ernst, dass du mir alles sagen kannst. Du es nicht auch, wie das peinlich sein sollte. Ja, aber. Ja, nee, wieso kein aber? Ist so. Kannst du mir vertrauen, so du es nicht. Ha, mein Auge tut weh. Jetzt koppelt doch. Jetzt mich so eigentlich, dass du mir vertrauen kannst. Ja, wir können uns seit wie viel haben. Oder habe ich dein Vertrauen schon mal missbraucht? Nee, ich denke nicht. Ist jetzt noch nicht. Ja, siehste? Was ist jetzt? Du wirst ja auch nie machen. Nee, warum sollte ich? Kann auch sagen, für mich beide, wenn du das irgendwie sagen willst. Hm. Sollte. Es war doch immer. Es ist unangenehm. Es war doch immer. Ja. Aber du musst ja mit mir reden. Sonst weiß ich ja nicht. Kann ich dir ohne was das Problem ist. Ja, sonst weiß ich nicht. Was das Problem ist. Ja, genau. Ja, genau. Was denn das? Ja. 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 Was denn das? Vielen Dank. Naja, ich hab da mal ne andere Frage. Ja, würde. Ja, dann hab ich sie. Ah ja. Ich bin ganz ohr. Warte. So ne Pussy, ey. Ja und immer ab. Würde ich auch machen. Was? Vor Fortnite? Ah ja. Ne, vor dir. Ja. Ey. Ja, wenn du ein Gegner wärst. So ne Pussy. Die macht's. Die ist los. Ja. Kommt die Frage noch? Ja, klar. Kommt die Frage noch? Mach dir doch noch keine Sorge. Ich bin gar nicht dran erinnern. Habt ihr ja gesagt, dass er gleich kommt? Ja, ich bin gar nicht dran erinnern. Bei mir hatte ich auch gerade, ja, ich konnte dem Klienten auch gerade keine Nachricht zustellen. Das lag wahrscheinlich im Discord. Äh, irgendwas mit Aero-Standard und mit der Bahnung, Alter. Dann wollte ich essen. Ja. Mit dem Handy und dann auf einmal hat's geladen. Ich konnte dem auch, ich konnte auch gerade keine Nachricht zustellen. Deswegen, es lag schon, ich dachte schon, liegt an mir. Ne, ne. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ne, ich konnte ja keine Nachricht zustellen eben, deswegen. Ich dachte, es liegt an mir. Achso. Ne, ich hatte keine Probleme. Ja, da hat der Discord irgendwie gerade einen Muck gehabt. Wahrscheinlich kommt das im nächsten Update noch. Willst du da noch updaten, ey? Kommt doch hier dann wieder mal ein Update, ich habe keine Ahnung. Ich weiß... So wie die sind halt bei Windows und bei NVIDIA? Ne, so wie kommt keine Discord-Updates, ist auch gut so. Wenn wir auf den Sack gehen. Guten Tag. Ich bin nicht und weiß, das ist blöd, Alter. Wolltest du nicht eine Frage stellen? Was für eine Frage. Wie du? Wolltest du mich? Was? Äh, ich muss oder was? Ich muss mal einschwitzen. Oh Mann. Hallo, ich muss gewinnen. Und wenn nicht? Oh, wieso? Wieso? Arasten doch viele Kitties aus. Kling. Ja, dazu gehöre ich aber nicht. Ich rate es nicht aus, wenn ich verliere. Ich ärgere mich nur darüber. Ist das nicht das Gleiche? Was? Na, Arasten und Tieren. Es ist ein Unterschied. Ja. Also wenn ich nur Flura oder etwas kaputt mache, ist das ein Unterschied? Ah, okay. Dankeschön, mein Süßer. Micha. Also die Definierung ist schon ein Unterschied. Ah, okay. So. Nimm Speedballer. Ja. Du wolltest doch, bist du die Entschuldigung bis Sonntag überlegen. Na ja, ich habe es gestern schon mit dem Shelby drüber gehabt. Ach? Ja, da habe ich wahrscheinlich schon gepennt. Ja. Nee, wahrscheinlich nicht. Wenn ich dir das jetzt sage oder er dir das jetzt sagt, ist das eigentlich kein großer Unterschied. Also ich würde erst mal mit Alex drüber quatschen, was er jetzt machen würde. Ja. Und seine Entscheidungen hören so. Ja. Und wenn er sagt, letzte Chance, dann wäre ich dabei. Und wenn er sagt, gibt es nichts mehr, dann ist es halt so. Okay. Weil ich wollte mir Alex' Seite auch anhören so. Aber das habe ich ja gestern von Shelby besprochen. Ja. Wo ist denn das Scheiße? Er hat ja die Droh jetzt auch hier. Das habe ich ihm noch nicht gesagt. Ja, das kannst du auch morgen machen, ja. Du bist heute ihm nimmer helfen damit. Ich glaube auch, nee, ich glaube ich auch nicht, dass er sonst nicht aufnahmefähig ist. Na ja, wie gesagt, das ist... Wenn ihr überhaupt eine ausgepensszeit seid, dann sagt ihr mir Bescheid. Ich weiß es ja nicht. Ich habe ihn auch nicht gefragt. Wenn er ja noch Bedenkzeit braucht, dann... Nee, weiß ich ja nicht. Ich habe ihn nur nicht gefragt. Also. Lass keiner sein. Ich schaue gerade Alainfunk Cobra 11. Da haben die eine Sicherheitstraining mit dem Porsche Karriere 911. Ach, Digga. Junge, wie die alle sprägen. Finde ich nur witzig. Ja, was sollen sie denn sonst machen? Können wir schlecht bauen. Naja, ich spiele mit Frauen. Bäh, ist ja langweilig. Kleiner Scherz. Mach, wie du denkst. Ja, ist ja jeder seine Entscheidung. Mein Kleiner. Ich kannte früher nur bauen. Da gab es noch keine Nullbohnen. Das weiß ich. Ich habe trotzdem nie gebaut. Ich auch nicht. Puh, die können mich mal... Geh zu denn auch. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Ruf Justus an. Ich habe ihn wieder. Ich rufe Justus mobil ab. Ah, nicht mobil. Ich habe nichts gesagt. Wer war denn sonst? Warum? Warum sage ich nicht über Wotze? Ja, was gibt es denn sonst? Ist doch mobil. Was ist denn da? Was ist denn da? Ja, das kann die Tante glaube ich nie. Da muss ich doch dazu sagen. Ja, da muss ich dazu sagen. Ja, da muss ich dazu sagen. Ja, da muss ich dazu sagen. Ach, so ist das nicht. Hey Siri. Ruf WhatsApp an Klasse. Was möchtest du sagen? Was will ich sagen? Ich habe gesagt, anrufen. Kannst du mir das erzählen von selbst in die Hand nehmen, glaube ich. Soll ich besser. Ruf Klassen an. Wer ist denn das überhaupt? Ach, schieße. Ich will es sagen. Ach man, ich muss immer Mund selbst sagen. Klassengruppe oder was? Ja, da werden gleich alle anrufen. Wozu? Ja, um nicht. Warum sollte man das tun? Weil das viel gemacht haben. Ich würde den mal scheißen, alle. Nimm ich ab. Ich würde jetzt mal Stimm schlagen, die blöde Gruppe. Habe ich bei den meisten Gruppen auch. Und bei den meisten Gruppen kann man das noch nicht mal anrufen. Irgendwenn. Wenn wir sich in der Gruppe direkt. Das kannst du ja, damit das weißt ja, was ausgelöst wird sonst. Massenanruf. He, ich würde ihm was scheißen, den Leuten. Ich habe die eh Stimmgeschöld, davon abgesehen. Also wenn mich jemand anrufen würde. Kann man glaube ich auch in der Gruppe selbst oder auch deaktivieren. In Settings. Ja. Ich habe mich bei mir sogar eingestellt, wenn ich irgendwo in der Gruppe bin, dass die mich nicht da anschreiben können und so. Ich weiß, dass Facebook nicht die Option gibt, weil es nervt mich, wenn du irgendwelche Leute anrufst, dass du in den Probatverein ständig einstehen kannst, dass ich keiner anrufen darf. Weil ich hasse das. Manchmal rufe ich wirklich Leute an auf Facebook. Das nervt. Das war's nicht ausstehen kann. Ja. Jetzt kannst du nicht ausstehen. Das ist scheiße. Noch zweimal lasse ich bimmeln und dann... B-B-B-Eck. Na tsch. Kommt die Frage noch? Von mir? Ne, vom Christkind. Ah, okay. Ne, das ist ja von dir. Von wem sonst? Ah, von Speedy? Du musst mir eine Frage stellen. Ne, er wollte wirklich eine Frage stellen. Ne, aber man muss trotzdem einen Namen sagen. Sonst fühlt sich ja jeder angesprochen gefühlt. Naja, außer Speedy vielleicht. Also wenn ich sage, du wolltest mir noch eine Frage stellen, dann weißt du schon, dass du dich auch angesprochen fühlst, wenn du so warst. Ja? Ja, siehste. Da brauche ich nicht einen Namen, wenn ich so erwähne. Ja, ich verstehe. Ein großer Micha. Die Frage muss ich dir doch schreiben. Ah, ja. Es geht nur unter... Gibt mir sogar zu angenehm, oder was? Es geht unter uns noch zwei an. Und die haben mich hasst. Aber keine Schmuse-Sachen, oder was? Schmuse-Sachen? Schmude-Sachen, wenn wir die mal. Schmude-Sachen. Schmude-Sachen. Mal gucken, ob welche Pussys gibt die Abbauern. Hoffentlich keine. Ich brauche keine Pussys, die Abbauern. Keine Pussys? Ist doch wahr. Ah! Hatcher! Oh, ist da jemand verreckt? Tut mir auch mal leid. Ups, bin auf den Clip-Button gekommen. Bin auf den Clip-Button gekommen. Hinausgerutscht. Da ist der Spiele doch nicht. Aber ich sag's doch nur. So ist der Spiele auch nicht, dass du live bist. Aber da muss man halt auch mit rechnen. Aber manche rechnen das ja nicht, zum Glück. Ja, aber die Namen sind nicht richtig geschützt, die da dann steht. Aber davon abgesehen. Müsst du meinen Namen ändern bei Fortnite? In Spiele Gamer. Ja, kann man sich mal vernünftig merken, den Namen. Ich hab dann eh schon Bünder und. Das ist bei mir. Das hat mich ja da ja nicht gespeichert. Ja, sicher. Das denke ich, ich merke mir da irgendwas. Ja. Nein, ganz bestimmt nicht. Ja, ich hab schon wieder zwei Fortnite-Pussis. Pussis. Ekel. Pussis. Keine 10 Kills-Code bisher, oder was? Nee, 4 schon. So wenig. Ich hab schon wieder eine Pussi. Oh! Boah, Alter, ich wurde gesniped. Junge. Ne, das war's dann wohl, ne? Ey, ich kenn ein Wort, Janik, wo man vier Bustaben hat. Willst du's wissen? Nee. Haha. Sehr witzig. Ich hab' einen Mod verstanden. Ja, hab' ich auch. Wissen sagt mir, hä? Ne, ein Mod. Was für ein Mod? Hier, weil der Mod gesagt ist. Ja. Also. Oh, ich Mod verstanden hab', was auch immer. Ne, ich hab' einen Mod verstanden, äh, gesagt. Ach so. Ja, ich hab' aber Mod verstanden. Ja, okay. Und nicht Wort. Ja, man kann immer 10 Kills holen. Ja, war schön, mich das holen würde. Ich hab' meinen, ich hab' mich von 6. Ich hab' die Saison gespielt. Du wär' da. Boah, das tut gut. Und jetzt schaff' ich ja 10, oder 20, in Extents 30, Freunde. Mavi, ich bin gut drin, ja. Input sagt, naja, geht. Ich bin gut. Ich bin gut drin. Ich bin gut drin. Input. Okay. Und jetzt. Ich bin gut drin. Okay. Ich bin gut drin. Und jetzt. Ich bin gut drin. Abzutelte Dauer. Voll Teufel, ich habe ja noch den Scheiß. Was denn? Ja, ich habe ja noch den Scheiß. Was ist weg? Was ist weg? Kann ich mit dem Markieren? Nein! Ja, dann muss ich es. Was ist weg? Was ist weg? Mayday! Oh, das tut mir leid für die Pussy. Ich hab sie! So, da ist er wieder. Das hat sich ja geheimnisvolles besprochen. Ja, nix. Gar nix. Ich weiß gar nicht meinen Spawnpunkt. Welchen Spawnpunkt? Von Eppstein. Von Watt? Von Eppstein. Ja, da kann ich auch nicht erheben. Kenn ich nicht aus mit. Jetzt hab ich ja noch diesen rote-reudigen Solaris aus der Ubino-Stadtbus-Familie. Ja, den hast du doch gekauft. Ja, warum fährst du denn dann? Ja, weil du der letzte Fahrer davon warst. Ja, weil ich einfach zu fahre. Weil du bist performance-elastig. Micha? Ja, bitte. Dann kommt das mit der Liedname, das Liedname. Von 46. Keine Ahnung. Zeit, dass du Fünde. Also nie. Quatsch. Was du jetzt auch sagen musst. Also nie. Das ist ja schon offen mit dem Dings. YouTube. Aber ist nicht von Rammstein. Zumindest nicht. Das ist die Version, die ich offen hatte. Was sind denn die Pussis, Leute? Was sind denn die Pussis, Leute? Es gibt auch 20.000 Versionen von dem Lied. Wahrscheinlich. Vielleicht gibt's von dem wir so eine Haustell-Version, wie von fast jedem Lied. Und mittlerweile. Also. Da muss ich halt so hinfahren. Bringt ja nix. Bringt ja immer nix. Kann ich dir auch nicht helfen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es da keinen Punkt gibt. Gibt's echt nicht. Kann man denn danach gucken? In irgendeiner Datei, gell? In irgendeiner Datei. Naja, eigentlich nur da bei dem Auswahlmenü. Im VBWS. In sonst in Omsi. Naja, Omsi würde ich sagen, gell? Naja. Ja, auch. Und in Omsi selbst. Weißt du, kannst ja mit dem Bus auf das Kreuz zurück sein, kannst du ja den Bus umspawnen. Da ist auch noch ne Möglichkeit. Es ist auch normale Spawnpunkte. Also wenn du jetzt den Falschen ausgesucht hast, kannst du den Bus noch mal umspawnen. Ja, aber da ist es auch nicht dabei. Ich fahr ja die NE1 von Eichenweg nach... Ja, das ist jetzt halt die gleiche Liste, die auch beim BBS drin steht. Ist halt keine andere. Weinheim. Aber... Ich hab mich jetzt nach Weinheim gespawnt, also das konnte ich. Jetzt fahr ich halt schnell dorthin. Ähm... Ich finde es aber gut, wenn manche, wenn die Kartenersteller die Linien dazu schreiben zu den Spawnpunkten. Dann weiß man wenigstens, wenn man sich nicht auskennt. Wie auf Grand Porto. Da ist es mir auch unbissverfachend. Äh... Dass man auch weiß, wo man sich hin spawmen muss. Weil das echt dann teilweise verfreund ist. Wenn man die Linien dazu schallt... Nein, Spawnpunkte, Alter. Die Kante kann ich ja immer mega vergessen. Performance ist 10 Tonnen, das stimmt schon. Aber... Ja, gut, dass da die Nummern bei stehen. So müsstest du echt, äh... die Naht im Heuerhaufen suchen. Mit Spawnpunkten. Das ist ja die Katastrophe. Die Minuten habe ich Zeit, äh... Ich habe keine Ahnung, ob das reicht. Dann drückst du F4 und tust über die Karte fliegen, quasi. Also wenn du recht der Maus hast, dann kannst du ja... Das habe ich noch nie gemacht, ey. ...über die Kacheln wandern. Über die Kacheln wandern? Ja, wenn du den Bus irgendwie verfahren hast, über festgefahren hast oder im Bus gelandet bist und du durch die Map fliegst, drückst F4, gehst wieder hoch auf die Map und dann drückst du die linke Maus und sagst dir, warum möchten sie den Bus hier absetzen? Geht natürlich nur, wenn der Fahrplan vorher draußen ist. So funktioniert das nicht. Und somit kannst du halt, wenn der Bus mal durch die Map geflogen ist oder sowas, oder weil du halt irgendwie über die Markierung gefahren bist, rechts oder auf Alu zum Beispiel, ne, wenn du dann irgendwie so an der Markierung, also an der Mauer fährst, dass du dann irgendwie durchklickst durch die Mauer und durch die Map fährst, kannst du dich dann quasi wieder auf die Fahrbahn setzen mit. So mache ich das zum Beispiel mal. Was ist los? Junge, ach nix, egal. Ein bisschen spät gedrückt dahinter, Kollege. Ich hole meine Katzenzungen. Was soll der bringen? Was zu essen? Das äh, Katzenzungen in Schokolade mit Keks. Achso. Naja, kein Keks. Ich kann dir mein Bild schicken. Mein Kleiner. Boah, jetzt habe ich... Jetzt habe ich ein Standbild schon wieder an Omsi. Ist doch scheiße wieder. Ach, Omsi. Aber leid. Ja, das solltest du halt auch mal nachschauen, dann Updates. Omsi fährt weiter und ich habe auch mal ein Standbild. Also, ich habe ein Standbild, aber der Bus fährt weiter, meine ich. Weil es scheppert. Und oben die Zeit auch oben leider läuft. Ja, ich habe noch drei Reitestimmen, weißt du? Das ist ja beschissen. Dafür, um sie noch zu starten. Oh, zu blöd. Versuch halt so abzuschließen, wenn's geht. Ja. Steig aus, wenn sie nicht passt. Kann auch nichts ändern, wenn ich nicht sehen kann, du dumme Kuh da hinten. Hallo? Ja, ich sehe halt nicht, wo ich langfahre. Was soll ich denn das wissen? Ich tue mich halt gerade nur an der Minimip orientieren. Wenn die nicht da wären, würde ich jetzt komplett blind fahren. Wie blinder Fahrer. Ja. Ich bin mir vor, die Minimip wäre weg. Ja, dafür bist du wirklich blind, weil ich sehe ja nichts. Ich habe ein Standbild. Ja. 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 Und ich bin so ein Cheater in Fortnite. mal warum da war ich den eingetroffen hat man kann was du mit schicken zu tun jedes mal jetzt verliehen ich dazu gewinnt gerade musste schon drei neue runden ja wir noch ins kennen nehme ich gerne ich bin na ja ein zweiter das war's jetzt mit diesem video das Da gut nennen aber da! Tschüss! Tschüss! Tschüss!